Die geplante Ultranenthochspannungsleitung von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg sorgt dem Itchner-Land nach wie vor für Diskussionen. Bisher macht der Vorabendträger am Prion nämlich keinerlei Anstalten, die Vorschläge besorgter Bürger und Lokalpolitiker in Erwägung zu ziehen. Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge reingehört. Ich spreche heute mit Volker Stavenow, seit 1989 Reporter in der Bezirksredaktion in Itchstein. Hallo Volker. Guten Tag, hallo Laura. Es geht um die Energiewende, um erneuerbare Energien, konkret um eine 340 Kilometer lange Stromtrasse von Osterath in Nordrhein-Westfalen nach Philipsburg in Baden-Württemberg. Volker, wie lange begleitet dich das Thema Ultranet schon? Also das Thema Ultranet begleitet uns schon einige Jahre. Als es vor zwei, drei Jahren aufkam, war das für viele Menschen hier noch ziemlich unbekannt. Sie wussten gar nicht, was hier geschehen soll. Aber mittlerweile haben die Bürger auch mit Bürgerinitiativen das Thema aufgearbeitet und wehren sich gegen die Pläne von Amprion. Amprion ist praktisch die Firma, die dieses Projekt hier bei uns umsetzen soll und wehren sich gegen den Trassenverlauf. Wir hatten im April ja schon eine erste Folge zu dem Thema Ultranet, damals mit dem Bezirksredaktionsleiter Sascha Kircher. Durch die Corona-Pandemie hat sich damals der Planungsentscheid auf Nachostern verschoben. Was hat sich seit April getan? Also was ist der aktuelle Stand des Projekts? Ja, der aktuelle Stand ist, dass die heimischen Gemeinden wie auch die anderen entlang der Strecke betroffen sind bei uns. Ich will das nochmal sagen, die Stadt Itstein mit der Kernstadt, der größte Stadtteil Wörstorf, dann Niedernhausen, unsere Nachbargemeinde und unsere Nachbargemeinde Hümbelstetten mit dem Ortsteil Wallrauenstein. Diese drei Gemeinden haben in Limburg ihre Statements abgegeben. Die gehen an die Bundesnetzagenturen und werden dort bewertet. Inwieweit jetzt diesen Vorschlägen aus den Gemeinden Rechnungen betragen, wird es völlig offen. Viele Bürger, auch die Bürgerinitiativen, es gibt einen Itstein in Niedernhausen und auch in Niedernhausen, befürchten, dass eben diese Anregungen gar nicht zur Kenntnis genommen werden, sondern dass praktisch der Trassenverlauf von Ambryon durchgezogen wird, der von vornherein geplant ist. Dazu hat es ja auch heute einen Artikel in der H&R Zeitung gegeben. Was ist denn da genau der Hintergrund so? Also es wurde ja ein offener Brief an den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gestellt. Was ist da der Hintergrund? Ja, das ist genau das, was ich eben sagte, nämlich, dass die Bürgerinitiativen befürchten, dass ihre Vorschläge verpuppen vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit dieser Trasse. Gefordert wird, am liebsten von allen, die Erdverkabelung, was natürlich sehr teuer ist und deswegen auch nicht durchgeführt wird. Das ist eigentlich schon ganz klar. Das Problem ist, dass die Ultranet-Trasse ist eine Gleichstrom- und Wechselstromanlage auf einer Bespannung, also auf einer Trasse, das gab es noch nie. Das ist völlig neu und die Auswirkungen sind auch völlig, sind gar nicht absehbar. Und die Leute haben Angst davor. Es ist einfach so, die Befürchtungen sind da, dass das gesundheitliche Auswirkungen hat. Angesichts dieser Sachlage versuchen sie eben, das zu ändern. Dass die Trasse eben nicht nah an den Wohngebieten vorbeigeht, dass nicht Bestandstrassen, die schon hier sind, genutzt werden, die nah an Wohngebieten vorbeigehen, sondern dass das geändert wird. Wie? Vor allem setzen die Gegner dieser Trasse auf Verschwenkungen, auf kleinräumige Verschwenkungen. Das heißt, ich nehme mal ein Beispiel, den Idstein-Ergänzberg, das ist ein Wohngebiet hier oben in Idstein, ist unmittelbar betroffen. Also dort soll eine Verschwenkung einsetzen, dass dieses Gebiet umgangen wird. Und da ist bisher noch nicht zu sehen, dass das eingängig ist bei Amprion. Dasselbe gilt übrigens auch für Walramstein in Münstetten. Dort haben Bürger sich hingesetzt und haben eine Alternativverschwenkungstrasse ausgearbeitet, die wirklich annehmbar ist. Auch das wurde übrigens eingereicht. Dasselbe ist in Nierenhausen passiert. Auch dort möchte man mit einer Umgehung von Wohngebieten mögliche gesundheitliche Schäden bei Menschen ausschließen. Wie behält man denn bei einer solchen komplexen Thematik überhaupt den Überblick? Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber wir als Journalisten wägen ja ab. Wir haben viele Quellen. Das sind natürlich auch die Quellen der Bundesnetzagentur, Amprion, aber auch der Bürgerinitiativen, der Experten, die daran arbeiten. Und wir müssen versuchen, aus diesem Stromtrassendickicht etwas herauszubekommen, was die Menschen auch verstehen. Darf ich ein Beispiel vielleicht nennen? Sehr gerne. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Bürgerinitiative Itstein hatte hier mal ein Experiment gemacht. Sie ging oben auf den Itsteiner Gänzberg unter die Hochspannung und hatte Leuchtstoffröhren dabei. Sie stellten sich unter diese Hochspannung, hielten die Leuchtstoffröhren hoch und wie durch Zauber, also ich war selber dabei, also es war sehr interessant, begannen diese Leuchtstoffröhren anzuleuchten. Das zeigte, dass von diesen Hochspannungsmasten praktisch, von diesen belegten Stromtrassen, Smog ausgeht, Elektroenergie, und diese Energie bringt alleine schon diese Leuchtstoffröhren zum Leuchten. Das hat natürlich die Meinung der Menschen untermauert, dass wenn jetzt noch die Ultranett-Trasse dort draufkommt und diese beiden Wechselwirkungen einsetzen, das eben noch viel verstärkter wirken könnte. Es gibt ja verschiedene Akteure in dieser Thematik. Erstens die Politik, die Bürger, die Stadt, aber eben auch auf der anderen Seite Anfänger und ja auch die Notwendigkeit, die erneuerbaren Energien auszubauen, was ja dann auch die Schwierigkeit beinhaltet, wir wollen erneuerbare Energien, aber wir wollen nicht, dass es bei uns im Prinzip ist, nicht da gebaut wird. Wie wird man denn allen Akteuren in der Berichterstattung gerecht? Naja, also wir sind ja der Neutralität verpflichtet und das versuchen wir auch und das schaffen wir auch täglich in unseren Berichten, sonst wären wir sicherlich schlechte Journalisten, wenn das nicht gelänge. Wir müssen alle Meinungen darstellen, sowohl auch Amprion als auch Bundesnetzagentur oder auch die Gegner dieses Trassenverlaufs. Ich möchte nur ganz klar sagen, die Bürgerinitiativen hier in unserer Region sind nicht gegen Ultranett. Sie verstehen natürlich, dass Energie von Nord nach Süd gebracht werden muss mit wenig Energieverlusten, aber sie möchten nicht, dass das auf Kosten ihrer Bürger entlang der Trasse geht. Sie möchten, dass diese Bürger geschützt sind. Also fordern sie diesen Abstand und die Verschränkungen. Wir selber haben Folgendes gemacht. Wir haben ein Reporter-Mobil, das in den jeweiligen Orten mal Station macht und werden Probleme mit den Bürgern, mit den Bürgermeistern und so weiter besprochen. Wir haben sowohl in Itstein am Gänzberg als auch in Hünstein-Wall-Rahmstein immer direkt unter diesen Elektro-Trassen dieses Mobil eingesetzt. Ich selber habe das moderiert und dort waren sowohl von Amprion als auch von der Gemeinde, aber auch von den Bürgerinitiativen Menschen, die das diskutiert haben. Auch mit den Anwohnern. Also so versuchen wir, in der Öffentlichkeit aufzuklären und versuchen, dass alle Meinungen gleichmäßig auch zum Tragen kommen. Das Thema ist auch in den letzten Monaten in verschiedenen Sitzungen zur Sprache gekommen und ja auch in der Stadtparlamentssitzung in Itstein und in den einzelnen Kommunen. Wie hat sich da die Situation gestaltet und auch die Diskussion? Sind die Menschen darauf eingegangen? Ja, also das Thema wird immer wieder diskutiert, weil es eben ein wichtiges Thema ist und auch bleiben wird. Das ist nicht absehbar, wann das endet. In allen drei betroffenen Gemeinden stehen sowohl die Politik als auch die Bürger dahinter, dass eben diese Verschwenkungen gebaut werden müssen. Natürlich sagen alle, sie möchten die Erdverkabelung. Das habe ich schon gesagt. Das wird aus meiner Sicht nicht kommen, weil es einfach zu teuer ist. Das wäre natürlich auch die beste Lösung wahrscheinlich nach Lage der Dinge. Noch besser sagen, die wird in den Kommunen gesagt, ist die Verlegung der Trasse links des Rheines. Also nicht auf unserer Seite. Warum? Weil dort eben wohl weniger Besiedlung entlang der Trasse ist und auch mehr Natur und Wald. Zumindest, das ist einmal der kleinste Faktor, wo alle dahinter stehen, sind die Verschwenkungen der Trasse. Weg, wie ich sagte, weg von der Bebauung hin, auch an den Waldränder und dann wieder zurückgehend auf die Trasse, wenn es eben umgeleitet ist von den Wohngebieten. Das ist überall Konsens. Das ist überall Konsens. Die Frage ist nur, ob das auch insgesamt so kommen wird. Es ist ja auch eine Kostenfrage. Das ist ja ganz klar. Entlang der Strecke wird geklagt, man will das alles nicht mehr. Das kostet dann richtig Geld, die Verschwenkung zu machen. Und darum kann ich mir vorstellen, dass Ampria und die Budistetsagentur sagt, nee, wir müssen versuchen, auf den Bestandstrassen das auch zu verlegen. Gibt es da Unterschiede in der Politik? Also bestimmte Parteien, die andere Vorstellungen verfolgen als andere oder ist da schon ein breiter Konsens vorhanden? Naja, natürlich gibt es in der Ausführung dieser Verschwenkung oder Veränderung der Trassen gibt es schon verschiedene Meinungen. Die einen möchten das vielleicht gerne entlang der A3 machen, wo vielleicht auch viel Wald abgeholzt werden müsste. Andere sagen nein dazu und sagen, wir möchten nur die kleinen Räumigenverschwenkungen. Aber das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Das sind so Dinge, die sich politisch auch entwickeln müssen. Insgesamt stehen alle Politiker mit den Bürgern nebeneinander, hintereinander und fordern eben, dass auf die Gesundheit der Menschen Acht gegeben werden muss. Wie das im Endeffekt passiert, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, nur dass eben dieser Abstand zu diesen Wohnbebauungen gewährleistet ist. Die Bürger beschäftigt insbesondere auch der fehlende Forschungsstand. Das hatten wir ja schon angesprochen. Also inwiefern kann die Stromtrasse gesundheitliche Probleme wie Krebs oder Alzheimer fördern sowie die Lärmbelastung? In einem Einwandgenerator hatten Sie jetzt die Möglichkeit, bis zum 2. November Online-Einwände einzubringen. Was ist denn dabei herausgekommen? Naja, das ist ja ganz klar. Da sind ja Tausende von Einwendungen gekommen, weil jeder dazu aufgefordert wurde. Ich kann dazu was sagen. Bevor dieses Projekt da endete oder die Frist für dieses Projekt, haben die Bürgerinitiativen hier im Itchnerland also die Leute schriftlich aufgefordert. Sie haben das in die Briefkästen eingeworfen, Einwände zu starten. Es wurden vorformulierte Texte zur Verfügung gestellt, die einfach nur unterzeichnet werden mussten und zurück an die BI gingen. Und das alles ging dann an die Sammelstelle. Also da gibt es einiges zu tun, um das zu sondieren. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Und was steht als nächstes an für die Bürger und für Ambryon? Ja, also ich wohne ja selber in Itchstein. Ich bin also Bürger dieser Stadt und erlebe die Ängste täglich. Es wird viel gesprochen über Ultranet hier, auch im Freundeskreis, bei Nachbarn und so weiter. Also ich hoffe, dass die Politik in Berlin, aber auch die Bundesnetzagenturen Bonn, diese Ängste wirklich ernst nimmt, weil sie sind da. Und ich bin der Meinung, man kann so ein wichtiges, für Deutschland wichtiges Projekt nicht ohne die Bürger mitzunehmen durchsetzen. Also man muss die Bürger davon überzeugen, dass es wichtig ist, dass wir das brauchen, aber auch, dass ihre Sicherheit an dieser Trasse ebenso wichtig ist, gewährleistet ist. Wenn das nicht passiert, wird es zu einer Welle von Demonstrationen und vor allen Dingen, das dürfen wir nicht vergessen, von Klagen kommen. Die Stadt Edstein hat genau wie die Gemeinde Nierenhausen und Hünnstecken gesagt, wenn wir mit unseren Vorschlägen nicht gehört werden, wenn es so kommt, dass Amprion und die Bundesnetzagentur einfach, sagen wir mal, salopp gesagt ihr Ding durchzieht, dann werden alle klagen. Und das machen natürlich nicht nur diese drei Gemeinden, das machen alle Gemeinden entlang dieser Ultranet-Trasse. Und das wird dieses Projekt so verzögern und so verlängern auf Jahre. Und ich weiß nicht, ob die Bundesnetzagentur sich das leisten will, also muss man versuchen, einen Konsens zu finden. Und der liegt einfach darin, Geld zu investieren und in die Sicherheit der Menschen Geld investieren und diese Vorschläge auch umzusetzen, die die Bürger und Gemeinden haben. Wenn es nicht verzögert, ist ja auch auf Dauer die Stromzufuhr überhaupt nicht gesichert mehr. Bis 2022 die Kernkraftwerke vom Netz gehen sollen und wir keine Alternativen haben, dann gibt es irgendwann keinen Strom mehr zur Verfügung. Das wäre ja auch auf jeden Fall nicht im Interesse der Politik und auch nicht im Interesse von den Stromanbietern. Du hattest es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Du bist selbst Edsteiner und natürlich damit auch selbst von der Thematik betroffen. Wie schafft man es, in so einer Situation einen neutralen Blick zu behalten als Journalist? Ja, das ist kein Problem. Also ich meine das, ich bin jetzt so lange schon ein Journalist, da muss man trennen. Also die eigenen Ideen und die eigenen Argumente, die man hat, sind das eine, aber wenn man hier arbeitet, muss man einfach das bei alles sehen. Also ich kann jetzt nicht einfach nur einseitig berichten, das machen wir auch nicht und das wäre unmöglich, dann würden wir unser Gesicht als Zeitung hier vollkommen verlieren. Nein, das muss ausgeglichen sein. Und darum habe ich ja gesagt, zu den ganzen Erörterungen, zu den Berichterstörungen, da war immer Ambryon und immer die Bundesnetzagentur genauso mit den Argumenten dabei über Initiativen und Gemeinden. Und damit, liebe Hörer, sind wir schon am Ende unserer neuen Folge. Vielen Dank, dass ihr alle reingehört habt. Wenn ihr mehr zum Thema Ultranet erfahren wollt, findet ihr Texte im Dossier Ultranet elektrisiert das Itch-Tender-Land auf unserer Website. Den Link dazu packe ich euch auch noch in die Show Notes. Da könnt ihr euch dann einfach nochmal ein bisschen durchklicken und informieren. Ansonsten hört euch natürlich die Reingehört-Folge 2 an mit Henry Solter und Sascha Kircher ebenfalls zum Thema. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge zum Podcast habt, könnt ihr die uns gerne mitteilen. Entweder auf Instagram, bei Facebook oder per E-Mail. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ein Angebot der VRM